an die ziel bestätigt schnell schnell ab durch die Mitte ist ein Plan der nicht so funktioniert oder doch sollen wir etwas bauen kämpfen uns durch den Schnee wir gehen okay 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 das klingt schon mal böse böse nein bitte rettet ihn der Mann da muss überleben wo sind meine nein aber dann wir haben die Rodina im Stich gelassen wir haben uns selbst im Stich gelassen muss ich jetzt den ganzen mit dem Tiger mit dem Tiger zerstören oder nicht oder das wäre scheiße aber irgendwie habe ich schon ein schlechtes Gefühl darauf hätte ich gerade gar keine Lust geben die noch einmal zerstören ist der alt irgendwie die die finde ich jetzt anspruchsvoll die finde ich jetzt richtig weil weil die Pioniere sind hier so zentral nein bitte nein das war so mühsam ich kann das nächste mal speichern nächste mal muss ich einfach speichern sonst geht das nicht oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott ja wissen wir dadurch und so weiter ähm kann ich nicht Zeit zu marschieren ähm was ist jetzt in der Uhrzeit das hier 28 das könnte sein das das ein bisschen näher ist ich versuche jetzt mal ich will jedenfalls nicht die ganze Mission noch einmal von ganz vorne machen darauf habe ich gerade gar keine Lust das würde ich sagen speichern wir wenn wir den Tiger besiegt haben und ähm so frühestens nein spätestens dann speichern ähm einfach oder einfach öfter speichern das wäre auch schon eine Idee ach so ja das 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 können wir machen so haben wir eine Gelegenheit aber das will ich nicht dreimal hören ich habe das schon gehört erdrücken sie zum überschränken enter gut enter ich habe enter gedrückt enter feichern feichern äh das ist der check point bitte warten ja ich habe schon genug gewartet ich will jetzt endlich in die Schlacht ziehen musst du bitte nicht mehr so viel warten gut jetzt wir sollten eine breite Verteidigung um den Tiger aufstellen die Deutschen werden schon bald hier sein anschließen brechen auf brechen auf schließt euch diesem trupp an schützen bereit schützen bereit schützen bereit wir sind unterwegs knifft diese schaden schaden her her unterwegs auf dem weg um himmels willen narin schenkt mal ein Streichholz gewartet viele los geht's aussteigen pionier wir brechen wir gehen rein und jetzt versuchen wir das hier möglichst beim Panzer zu behalten äh hätte ich jetzt vorgeschlagen weil ähm da können sich die Pios dann immer wieder neu neu heilen also wir wieder neu besetzen die vier Männer nein ich ehm es schon hier reparieren einfach du ihr 6 könnt mal was anderes machen meine Ohren sind eingefroren wollen sie etwas und jetzt noch so lange ich noch kann unbedingt Pioniere holen oberste Priorität hat das jetzt was ich werde gebraucht verspannende Musik kommt ich werde gebraucht verspannende Musik kommt hoopsa saa wir haben den feind gefunden auf dem Weg hier sind keine Feindliebe was dauert denn da so lang ich weiß nicht wie man deutsche Panzer repariert was weißt du eigentlich wenn nicht das hier kommt die Rede der Wetz ja jetzt speichere ich in diesen zentralen Punkt noch einmal mit kreativen Namen weil ich will jetzt auf keinen Fall das noch einmal machen müssen wir haben jetzt nicht so viel erreicht aber jetzt haben wir alles aufgebaut und so weiter und ähm grundsätzlich sollte es so schaffbar sein wie wir jetzt da stehen na scheiße Deutsche im Dorf sie versuchen uns zu umzingeln verdammt 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 jemand muss an das MG 42 einer muss helfen verdammt verdammt komm schon Beeilung so schwer kann das nicht sein ich mach ja schon so schnell ich kann ey ihr nein Pios oh mein Gott Pioniere und ich lass die Pioniere machen weiß ich nicht ich sollt nur das reparieren ich hab keine anderen Aufgabe verdammt nochmal so schwer kann das gar nicht sein die Ketten sind wieder dran los gehts auf den Straßen bleiben dann sind wir schneller und können leichter Truppen mobilisieren rein unser Hauptquartier wird angegriffen und ihr ihr werdet auf keinen Fall sterben das verspreche ich euch schon mal jetzt und jetzt sie brauchen Pioniere greift den Scheiß hier an wir können hier nicht werdet die Stellung werfe eine Granite werfe eine Granite wir brauchen Pioniere wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen sie sie ziel ziel eliminiert wo sollen wir ihn hat er jemand hin gelehrt nein wenn ihr noch einmal schießt dann ist es vorbei ich soll nicht das Ding von Tagen sind ach ach was dann ehrerlich ja haben die Endlich wird die Revolution sich durchsetzen. Oh Gott. Dieser Panzer unten, der ist kompliziert. Den habe ich vorhin besser besichtigt. Das habe ich besser gelöst, dieses Problem. Ich weiß nicht genau, was ich da machen kann gegen... ...einfach auf jeden Fall muss die Panzerabwehr ihren Zauber füllen. Ähm, und sonst? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ihr hier? Geht jetzt zur... Leute, wir schauen uns jetzt. Da wird der Blut fließen. Komm schon. Beeilung. So schwer kann das nicht sein. Ich mache ja schon so schnell ich kann. Ein Infanterie-Tropf wurde getötetet. Dieser Blutraum mehr Menschen... Oh Gott. Was? Tötet die... Auf den Weg. In Ordnung. Die Ketten sind wieder dran. Los geht's. Auf den Straßen bleiben. Dann sind wir schneller und können leichter Truppen mobilisieren. Wir gehen ihm die Geschosse aus. Abmarsch. Ein Ding und Pioniere. Ja, genau. Ja, genau. Ich bin dieser Schleser im Gefälle. Pioniere, Herr Leidenfrau. Kostel, Defar. Truppeinsatz bereit. Ruhelfe hat noch einen Ishalterie-Tropf getötet. Sorry. Sorry, dass ich jetzt schon wieder speichere. Ähm. Aber es ist gerade wichtig. Es ist gerade sehr wichtig. Weil... Der hat mir jetzt so viele Schwierigkeiten bereitet. Dieser scheiß Panzer da unten. Und jetzt, so ich nenne dich, aber da will ich mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen. Und ich will den auf keinen Fall noch einmal besiegen müssen. Das tue ich mir nicht an. Ja, erledigt euren Job, oder? Knell. Gesundheit. Los. Nein, 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 eben doch nicht. Sieht ja eben doch nicht so schlecht aus. Wir haben das Feuerwerk zerrackt. So, Stalina. Angriff. Verdammt. Mist. Jemand muss an das MG42. Einer muss helfen. Echte Männerkämpfe. Was glaubt ihr so? Wir sind Gardisteninfanterie. Die sind tote Infanterie. Wir werden an der Griffe. Und jetzt läuft's auf jeden Fall besser. Zweifellos. Scharf schütz ihn bereit. Scharf schütz ihn bereit. Macht mal, ihr Pios. Sollen wir etwas sprengen? Fast. Fast. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das darf nicht sein. Ihr müsst einfach überleben. Ihr müsst einfach. Nein, eben nicht. Und jetzt heißt es Tiii, nein, Tiga. Den haben wir nämlich jetzt. Und das heißt, wir können endlich Gegnerangriff starten. Und diese Mission wird endlich dann auch geschafft sein. So, einfach geht dieses Spiel eigentlich. Und hier könnt ihr eigentlich den mal bemanen. Aber dass du den hier reparierst, das gilt immer noch. Oh nein, du kannst ja nicht den reparieren. Ich will ja noch besser. Und weil das jetzt so gut läuft, würde ich sagen, ich habe ja gerade gespeichert, schon ein paar Sekunden. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ähm, tschüss.